Ich komme am 24.05. zum Klimastreik und gehe dann am 23.05 Uhr für das Klima wählen. Wann war für dich klar, dass du in Deutschland die Fridays for Future Bewegung starten musst? Ich habe die Fridays for Future Bewegung nicht so richtig gestartet, weil ich ja ganz viele. Für mich war klar, dass ich Klimafrechts in Deutschland organisieren möchte, als ich bei der Klimakonferenz war in Polen im Dezember 2018 und zusammen mit Gretchen gestreikt habe und gesehen habe, dass da so viel schief läuft. Und genau, dann habe ich in Berlin den Klimastreik organisiert und dann kamen aber ganz viele dazu, die gesagt haben, Jürgen, das ist unser Staat und deswegen wäre es Bewegung in Deutschland gestartet. Siehst du dich als Vorbild für weitere Umweltaktivisten oder eher als eine von Millionen Aktivistinnen im Bereich des Klimaschutzes? Nee, ich finde Vorbild ist ein ganz tieriges Wort. Ich bin eine von ganz, ganz vielen. Und vielleicht, das sagen mir zumindest manche, dass es irgendwie inspirieren, Menschen wie mich zu sehen, die irgendwie was organisieren. Und das fand ich früher und früher, da finde ich auch immer noch inspirierend, andere zu sehen. Und ich glaube, da gibt es einen schönen Wechsel bekommen. Was gibt dir die Kraft, dich vor die Schüler zu stellen und eine Rede zu halten? Das ist das entscheidende Thema für uns alle. Und darüber müssen wir reden. Was sagst du zu der Behauptung, dass die Demonstranten im Privaten nicht viel für den Klimaschutz machen? Da würde ich jedem mal empfehlen, mal hinter die Kulissen zu gucken. Also dieses Schulstandsverband ist ganz merkwürdig, wenn man bedenkt, dass das große Opfer, was junge Menschen bringen, nicht die Schulzeit ist, sondern die massen Tonnen an Freizeit, die durch irgendeine Zukunft bei den Streiks verloren geht, dass da Menschen zu Demos kommen, die jetzt auch nicht so große Schulfans sind, dass sie eine andere Sache aufhörigstürme schweißen will, der Schenstürme, der braucht noch keinen Klimaschleiter. Du warst nun schon öfters mit Greta zusammen. Ist sie für dich ein Vorbild? Nee, wie gesagt, also ich finde Greta wahnsinnig inspirierend, wie ich ganz viele andere Menschen habe und inspirierend finde. Und es ist nett, sie ist auch nett und versuch. Nun bist du auch bei der Grünen Jugend sowie der Partei Die Grünen aktiv. Könntest du dir vorstellen, einmal richtig in die Politik einzusteigen? Nee, jetzt bin ich in der Partei aktiv in dem Sinne. Ich war bei der Gruppe kurz engagiert, aber mittlerweile auch nicht mehr. Jetzt, in den nächsten zehn Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass du die Politik einzusteigen. Was ist dein Appell an die Politiker da draußen? Vielleicht in einem bisschen reporten, dann legt los. Wie siehst du die Zukunft und was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, es hängt ja davon ab, was wir in den nächsten zwei bis fünf Jahren machen. Das ist wirklich alles entscheidend. Und im besten Falle kriegen wir die Kurse, bauten wir nicht. Und wir können dann gemeinsam an ganz guten Veränderungen arbeiten. Das wird wahnsinnig lang, für die Veranstaltung, das gehört dazu. Im schlimmsten Fall machen wir das, was wir bisher. Und dann stellen sich ganz neue Fragen für uns als Mitgliedstaat. Welche Botschaft zur Europawahl gibst du mit? Wir kommen am 24.5. zum Klimastreik und gehen am 25.5. für das Klima wählen. Und wenn ihr sehr alt seid und vielfach nicht mehr leben werdet, dann gebt euren Stimme jungen Menschen, die noch nicht wählen können und die alle Komplikations für diese Wahl werden tragen müssen. und die alle Komplikations für das Klima wählen können. Und die alle Komplikations für die neue Komplikation um networks Frechland und die alle Komplikations für die Welt ihre tylee in der Welt Pixelmations Orere того, der sich all den 보통 Foolt und gleich interesseert und glücklich in den Glenn штудend. Und die alle学ative Vereine- und die alle Komplikations현� Θeleskennen können wir einmal gemacht werden lassen. 아까 beim Wochen nachmitteln, haben wir demévig, und selbstf prosSen zumировnehmen, und die alle Komplikations auf demайken können uns wie skeptisch aussehen will auch darauf lassen für euch über practitionersens istedicollzieren, Vielen Dank.